herzlich willkommen zu einer neuen folge fragt mark ihr fragt ich antworte heute das thema carnitin carnitin ist ja fast schon bei uns in der fitnessbranche ein geflügelter begriff und das immer die frage hilft das was kann man mehr fett verbrennen wie wirkt es überhaupt welches carnitin muss ich nehmen und das möchte ich einmal heute mit euch besprechen eine frage bei carnitin ist immer hilft es denn dabei fett zu verbrennen kann ich besser und schneller fett verbrennen wenn ich carnitin nehme und die antwort ist ganz klar ja es hilft wenn man es in der richtigen dosis nimmt die meisten nehmen immer 500 milligramm bis ein gramm carnitin am tag das ist deutlich zu wenig das carnitin sorgt ja dafür dass das fett aus den fettzellen heraustransportiert wird dass man schneller mehr fett verbrennen kann und dafür ist die richtige dosis erforderlich das sind so drei bis vier gramm pro tag vielleicht zwei mal zwei gramm einmal morgens und einmal zwei gramm vielleicht mit einem espresso oder einem doppelten espresso als sogenanntes fettbörner gedeckt vor dem training da habt ihr schon viel getan das als kur so vier wochen lang zwei wochen pause dann noch mal von vorne damit ist die fettverbrennung deutlich zu beschleunigen eine weitere tolle eigenschaft von carnitin neben der fettverbrennung ist das carnitin super gegen muskelkater hilft wenn man ungewohnte dinge trainiert wenn man zum beispiel einen marathon läuft oder in die crossfit box geht oder der trainer einem ungewohnte übung gibt dann hat man oft einen richtig schönen muskelkater das ist zwar nicht schlimm das tut ein bisschen weh manche freuen sich sogar drüber aber nach drei vier tagen immer noch muskelkater hat und man das nächste training nicht richtig gestalten kann dann fängt es langsam an zu nerven und carnitin ist ein supermittel gegen muskelkater da ist es empfehlenswert wirklich auf den tag verteilt fünf oder sechs gramm carnitin zu nehmen also dreimal ein fläschchen oder viermal wenn man solche extrembelastung hat wie ein marathon oder ein iron man da darf man sogar bis zu zehn gramm carnitin pro tag nehmen auf den tag verteilt schon direkt nach dem wettkampf und über den tag verteilt danach dass eine sehr hohe dosis sollte auch nur ein zwei tage erfolgen klingt erstmal ungewöhnlich aber die effekte auf den muskelkater für euch sind unglaublich dritte supereigenschaft von carnitin ist carnitin enthält eine aminosäure die heißt methionin wobei carnitin sowieso im wesentlichen aus lysin und methionin besteht und das methionin hat die eigenschaft das kann krebs gene abschalten hört sich jetzt relativ abstrus an das kann man natürlich auch über andere nährstoffe zu sich führen man weiß heute dass die genetik nur der eine punkt ist bei entstehung von verschiedenen krankheiten jetzt will ich nicht das thema gene ausbreiten sondern unser thema heute ist ja kanitin aber gene an und auszuschalten ist lebensstil bedingt das heißt bewegung ernährung und denken im wesentlichen und dann werden bestimmte gene für sämtliche krankheiten an und abgeschaltet methionin ist zum beispiel ein faktor um krebs gene an oder auszuschalten und viel methionin bedeutet eben weniger krebs gene die angeschaltet sind und nebenbei das lysin das kennen viele vom kleinen unangenehmen herpes da kann man lyse nehmen und lysin killt herpesviren ist doch super das war's heute zum thema elkanitin wenn ihr fragen habt kommentiert gerne dieses video auch gerne mit eigenen themen vorschlägen denn ihr wisst ja ihr fragt ich antworte